Ok, der Weg ist frei. Also ihr seht, wir haben jetzt eine neue tatsächlich mehr innere Kämpfe als äußere Kämpfe auszutragen. Aber das macht halt auch so diesen immensen Reiz dieses Spiels aus. Na, dieser Stennitz-Riech-Spalt mit sich selbst und konfrontiert mit den eigenen Ängsten aus der Vergangenheit. Mit den Dämonen aus der Vergangenheit. Können wir hier vorne durch oder müssen wir da lang? Nein, ok, hier kommen wir nicht durch. Das sieht doch schon echt duster aus. Aber ich find's wirklich gut, dass wir jetzt diesen Spiegel haben irgendwie. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, tatsächlich, was das Kämpfen angeht. Oh, verknüpft. So, wir können mal hoch. Ich würde mal kurz hochgehen. Um einfach mal zu schauen, was wir eventuell hier oben finden. in der Kiste. Ich hätte hier doch nichts machen können. Können wir hier rüber balancieren? Nein. Oh Gott, ok. Gut, wir hüpfen mal runter. Und gehen Richtung Licht. Ist bestimmt überhaupt kein unangenehmes Ritual, was wir da da gerade durchziehen oder so. Ey, ich versteh ja nicht, wie viele Leichen sind denn hier in diesem... Also so viele Häuser gibt's doch hier ja nicht, wie viele Leichen hier zusammengekachelt worden sind. Okay, ich geh jetzt einfach mal straight ahead da hin. Noch irgendwelche Schreie. Wunderbar. Sie dürfen uns nicht kunden sehen. Also wir hatten ja bis jetzt echt noch Glück irgendwie, dass wir tatsächlich nur klassische Eins-gegen-eins-Kämpfe hatten. Und wie normalerweise stehst du hier plötzlich mal drei, vier Gegnern gegenüber. Und dann wird's echt schwierig. Und ich glaube, das wird jetzt auch so demnächst passieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die weiterhin so eine entspannte... Och komm, wir schicken ihn, wir müssen einen Gegner-Einstellung haben. Das wird, das wird, das... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Haben sie das natürlich aber schön gemacht. Die haben ein paar Schädel aufgespießt. Wunderbar. Sie sieht die Tanze, wird mit dem Schädel aus der Lanze. Dimmts, was die dann? Was sei denn, dass das nicht so ist? Okay, auf einmal. Okay, auf einmal. Yeah – wenn die Zeit nicht mehr. Allons drehen. Also, ich bin ein paar Schäel aus. Depois gehen, mich überzufinden. Das ist wirklich, was, was das heißt... Alter. Oh Gott, wie sich die Baumkronen über uns schließen. Nette Trauger. Oh, ja, er ist noch nicht ganz fertig, wa? Musst du mal ein paar mal zuhauen. Boah, jetzt knabbert er noch ein bisschen dran rum, Alter. Oh, jetzt in der Tür sind alle so eine Ochsen. Oh, ja. Schön, das sind jetzt unsere Feinde? Irgendwie kämpfen wir jetzt? Na, freut mich aber richtig. Das wird ja toll. Das wird ja richtig toll. Mann, Mann, Mann. We want to keep moving towards it. We want to do where you need to be. She can't get in here. Find another way. You can do this. Oh, es muss so krass sein, irgendwie. Eigentlich, sie haben es ja schon gesagt, jede Faser in deinem Körper schreit nach, wegrennen. Hau ab. Renn weg. Geh weg. Aber verrate dich dadurch selbst. Oh, schön, wie sie mir so einen Weg öffnen. Das ist aber toll. Oh, knackte Kannibalen nur noch, Alter. So, was machen die hier? Was ist da los? Oh, das ist so ein bisschen so Tuesday-Style hier, oder wie? Wer bist du jetzt? In this wretched land, by far the darkest of them all. It seemed the shadow will never live. But I knew I would find my light. Who is he? He knows her. He feels us reaching out to us in the dark. You have to help him, Senua. This is our quest. This is our destiny. Senua, would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it was an outsider who saved me. The person who saved me. The person who saved you. Oh. You should have the blood. You shouldn't have his blood. You should have the blood. You should have the influence of the darkness. Ich weiß nicht, ob man wirklich darauf so hören sollte. Okay, oben können wir lang klettern. Oh, das ist ja heftig, Alter. Heftig. Oh Gott, und die ziehen sie da irgendwo. Ach Gott, ich wäre nicht mehr so weit, was ich mir nach oben mache. Die fressen sie da auf von der Augen, was. Und ich wusste nicht, dass man so was auch sagen kann, aber wenn nicht, dann noch schlimmer wird. Wenn man überdenkt, so Steigungsformen von ob wir fressen werden, wissen ich, ob es es gibt, ich denke schon hier. So, okay, hier komme ich hoch, da jetzt da lang. Oh, shit. Oh, shit. Oh, was ist das? Aber eigentlich will ich auch gegen die kämpfen. Ich will sie vernichten. Hey, was ist da? Was sind da? Was? Was machen sie da? Was? Wie machen sie sie denn da? Was machen sie da? Was sind sie? Was sind sie? Was sind sie? Das ist das so zu viel? Es tut mir leid, Kumpel, es tut mir wirklich leid, man. Es tut mir leid, wenn du die Wald nicht siehst, sondern nur hörst, irgendwie. Hat heute tatsächlich mit zwei Freunden mal das Gespräch drüber, irgendwie ist, finde ich wirklich unerträglich. Ja, aber die Birne rattert so los dabei irgendwie und stellt sich tatsächlich das absolut schlimmste Szenario vor. Oh, 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 oh. Ich habe wirklich den dringenden Impuls, jetzt diese Drauga Nina zu schlachten. Die Frage ist, wie hoch ist meine Chance, dass ich das überhaupt schaffe? Aber der Impuls ist da, der Impuls ist da und ich denke, jeder von euch kann das verstehen. Oh Gott, jetzt bin ich im Pit, Alter. Ach, shit, okay. So, dann wird es jetzt Blut geben. Oh, ich habe den Kopf reingehackt, Alter. So, zack. Stirb. Was macht den Ochsen fertig da? Kann doch nicht... So sieht's aus. So muss das hoffen. Wir machen jetzt alle platt. Warum kommt denn immer gleich der nächste hier um die Ecke? Alter, die werden ja immer übel, Alter. Die sehen ja immer krass aus. Jetzt hat der auch noch eine Maske. Und einen Rundstern. So, kommt gleich der nächste Penner und gibt mir eine. Oh Gott. Alter, die Kämpfe sind großartig inszeniert. Wirklich, absolut großartig. Mann, warum, warum kann denn jeder Penner von hinten kommen und mir in eine Kessel? Axt in Schädeln. Warum? Warum kann der immer noch Feuer spucken, wenn ich gegen gerade Schlage? Oh. Nein. Nein. Oh Gott. Jetzt sind schon... Dann, Alter. Die schnett sind wieder alle. Die machen die doch nie da, ey. Und der nächste. Eck, versteht mich. Kann ich mich da nicht dabei schon gleich umsehen und den nächsten fizzieren irgendwie? Alles klar. Steh auf, Seenuja. Steh auf. You get it. Na, lass dann schnell dich. Ei, ei, ei. Muss aber... So, er muss zielsicher sein. So. Okay. Der ist ja ein Führer. Oh, die sehen nicht hier so aus, Alter. Wir haben einen ganz miesen Ausschlag. Sieht ein bisschen aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie jung. Wie jung. Was macht er denn jetzt? Motiviert er jetzt die Typen noch? Na klar. Na klar. Er macht noch hier. Na klar. Na bitte. So ein Tor für Arme. Mmh. Was ruft er denn da jetzt so? Was ruft er denn da jetzt so? Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn mit? Oh Gott. Sandwürmer? Was ist denn mit? Und dadurch kam jetzt quasi das, was hervorgerufen werden sollte für das Ritual? Er hat festgestellt, dass sie das Ritual verkackt haben. Und hat die alle platziert. Vielleicht. Vielleicht. So. Okay. Einfach mal daher. Ich bin ein Farrgrimr. Ich komme von einem Settlement nebenbei. Ich bin hier für Hilfe. Er ist fast zu sterben. Er ist wie es zu fallen. Und zu etwas anderes. Ich bin ein Massaker. Was war das? Aber er war nicht wie das. Warum warst du zu diesem Polen? Was war der Dreiger? Was haben die denn da angerufen, Alter? Ich denke wir werden es noch rausfinden. Wir finden uns, wo wir können. Diese Lande ist kursiert, Senua. Wir finden nur die Todes. Jeder ist sterben. Und du weißt, dass sie dich schämen. Jeder macht das. Was machst du? Was können wir tun? Seid ihn. Okay, gut. Die Brücke ist auch kaputt. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt so sinnvoll ist, da zu diesem Dorf wieder zurück zu laufen. Was willst du da jetzt? Da wartet nur der Tod auf dich. Können wir mal gucken, dass wir den Sklavenhändler noch mitnehmen. Aber ansonsten... Hm. Ich will offer you what help I can. But I have to warn you. The creature stalks my village. Ah. Irrtoj. 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 Wir können offer you refuge for a time. But not safety. You've seen her before. Well. They have no hope. To my cost. To everyone's cost. She haunts this land. They have lost everything. From here to my village in Red Hills. If we go with him, she will find us. We will find you. We will find you. This is so'ne krasse Landschaft. So, wenn man sich das da anschaut. Es sieht schon echt heftig aus. Boah. Schon mal eindruckend. Also wirklich. Grafisch ist das schon sehr, sehr geil. Ich muss das leider jetzt ein bisschen runterschrauben, damit es halt tatsächlich mit der Aufnahme zusammenflüssig läuft. Ähm. Aber es sieht trotzdem absolut atemberaubend aus. The Master. The Master. Maybe he escaped. We don't know his name. We do now. I didn't ask his name. Thorkister of Borkanerky. There. We need to go there. He knows. He knows. Gehört er eventuell zu ihm? You know it? Can you tell me how to get there? She can't forget. You can never forget. That memory learns. If you face it, the past will free you. Yes, but why would you want to go there? I kill you. Worse. You need to go there, said one. Don't doubt. Don't be a coward. But he can help you. He will show you the way. You don't know that monster. What was the name? Thorkester. By the gods. What a terrible thing this is. The dragon was always savage. This is worse than I ever thought possible. Oh, he is still right now. Schau mal an. We had to laugh. Look. That monster Thorkester. He's still there. He's still alive. What are you going to do, Senua? You know what to do. We don't need him anymore. What do you want to do about him? Nothing. Leave him. I don't need him. You can tell me where I need to go. He cares about his. She is weak. If you leave him, he will die. Droger. Or simply starvation. Don't doubt, Senua. If Droger took him, there would be no less than he deserves. Help me. She is weak. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. She saw it. Not just a monster. She saw it. A ray of light. He is evil. There is no choice. So stupid. He's not listening to us. Stupid. She is saving him. That monster. The monster. That wound looks bad, Thorkester. I don't want to talk to him. Well, if you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you. But this changes nothing. Not expect any gratitude from me or my father. How could I? You still haven't told me what she is. Okay, is there vielleicht ein Ausgestoßender? She's giant. They're waking at sundown. What? Ein Riese? Was für ein Riese? Many have tried to fight them, but all have failed. Ja, klar. Er ist ein Riese. Und er ist unsterblich. Na, super. Läuft er. Oh, Meere. Wunderbar. 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 Man, wo wollen wir denn da hin, Alter? Ist das dein Haus? Steht da oben so ein Haus? Das ist doch mal eine Kackäcker, Alter, ey. Also, ich meine, klar, sieht halt schön aus. Hat so ein bisschen was von Tatooine. Ein bisschen, naja, geht so. Aber, äh. Jetzt schön, weil du hast ja hier auch kein Holz, Alter. Ne? Für Häusermau, etc. Du hast hier nichts, Alter. Du hast nur kargen Felden. Ja, zertrampelt das. Schön. So, das sieht schon ziemlich nach Sonnenuntergang aus. Ich bin verabschiedet. Ihhh. Nacht auf Nacht, unsere Nummern fallen. Er fragt, dich zu helfen. Nein, das ist nicht. Sie brauchen dich. Sie sind tot, wenn sie nicht zurück kämpfen. Es tut mir echt leid, irgendwie. Es tut mir leid, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Irgendwie, hier wird so viel vorgelesen, irgendwie. Und so viele Stimmen, die die ganze Zeit irgendwie am reden sind, innerhalb von sie nur das Kopf. Und man ist die ganze Zeit immer nur am Lesen, sodass man halt selber gar nicht jetzt so viel redet, irgendwie. Aber es ist halt, denn ein etwas stilleres Let's Play von mir, was auch nicht schlimm ist, irgendwie. Muss ja nicht alle immer totgequatscht werden. Kannst du einfach mal wirken lassen. Hat die Sonne nicht, oder? Wir sollten... Hi. Ich bin sicher. Berito, ich kann sie nicht erreichen. Du solltest uns mit uns, wenn wir dir die Chance haben. Es gibt keine Ehre in den Weg, die du wählst. Sag das wieder, mein Mann. Und ich werde dich wie ein Fisch. Thorgester, schau mal auf dich. Schau mal auf dich. Schau mal auf dich. Schau mal auf dich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Giants sind das? Nein, Ehre. Er hat gesagt, dass es keine Ehre in den Weg in den Weg. Was ist das? 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 Gut. Soll ich sagen, wir folgen ihnen mal weiter. Alter. Jetzt, Freundchen. Hier stehen bleiben. Wie wollen wir denn hier jetzt, Alter? Oh Gott, kommt jetzt einer? von den riesen? Ein bisschen Sonne ist ja noch da, aber... Wir müssen rennen? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Gtoll. Oh Gott, ey. Sie sind... Sie kommen aus der Erde, Alter, das ist... Aber, Mann... Man ist tatsächlich ständig im Stress aussаровきßt in diesem Spiel. Ständig! So, schnell rüber. Ha, cool! Vor allem, wie viel sind sie und wie groß ist sie denn? Nein, 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 er wird uns nicht mitnehmen. Oh, okay. Ich mag mal mit hochgekommen hierher. Oh, man. Oh, schnell, schnell, schnell. Okay, ich laufe sie nur ja. Wo laufen wir denn hin? Wo laufen wir denn verdammt noch mal hin? Hier jetzt an der Senkel? Hier sind wir sicher oder? Ich denke nicht. Ha! Oh, shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Du kannst gar nicht da nichts gegen dir. Überall Lava. So, komm. Schnell, 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 schnell. Hey. Da vorne? Das ist nicht in die Höhle. Ich möchte nicht in die Höhle. Ich möchte nicht in die Höhle. Das ist auf jeden Fall ein Yoga-Riese. Na, ob das jetzt was gebracht hat? Scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. She can see into you. We are monsters. Ach, of course. Oder we are monsters. Thren. Oh, Buch. Put food down.